ja moin moin liebe leute und herzlich willkommen heute zu einem ja ich sag mal special wie auch immer denn es geht hier heute um den setter der setter ist so ein bisschen wie der spick oder der hwk von der form her von den deutschen ist ein brite und siebener den gibt es weiß ich gar nicht wo es den her gibt er ist noch relativ neu habe ich mich noch gar nicht darüber informiert dementsprechend kann ich dazu jetzt auch noch nicht so viel mehr sagen aber er sieht ich mochte den spick und den hwk jetzt nicht so gerne fahren die haben mich irgendwie ein bisschen angenervt aber mal gucken was der gute ente oder ente hier in seinem set da so machen kann er fährt jetzt hier erstmal in die typische spotter position bei drei artis ist das relativ mutig würde ich mal sagen denn eigentlich ist das kenne ich das sehr sehr häufig so dass selbst wenn man nicht gespottet ist die arti einfach mal hier so diese büsche reinhält das passiert einfach mega häufig und ich glaube er war sich jetzt hier vielleicht auch guck mal an da hat es geknallt war jetzt auf tatsächlich entweder hat er keine gute crew die das erkennt oder das waren einfach jetzt blindschüsse kann ich jetzt leider nichts zu sagen auf jeden fall bei drei artis würde ich mich da oben nicht ganz so wohl fühlen als als spotter weil die halt mega häufig schon da hinschießen eigentlich so jetzt fährt er hier und er bleibt auch noch hängen am x das natürlich mega ärgerlich okay der hat eine relativ lange nachladezeit finde ich 1 2 3 4 5 6 irgendwie so 6 7 sekunden würde ich jetzt wenn ich das richtig gezählt habe zählen so als er das erste mal nachgeladen hat muss ich sagen das war auf jeden fall ganz schön lange jetzt schießt er hier auf den auf den vk das natürlich quatsch eigentlich aber gut machte einfach mal und jetzt geht es hier weiter es immer noch offen dadurch dass er halt ja gerade vom vk gespottet wurde und auch drauf geschossen hat er hat auf jeden fall mega support damit hier schon eingefahren das muss man auf jeden fall mal sehen hat hier schon 1500 das ist schon auf jeden fall ordentlich mutig dass er hier so raus fährt denn man kennt das ja hier die stehen ja meistens da hinten auf diesem hügel also dass wenn ich das machen würde wäre ich jetzt schon kaputt 100 prozent aber er hat glück jetzt guckt euch das mal an und da schießt keiner krass das war jetzt aber mega heftig dass er da nicht beschossen wurde und auch vor allem keine art ich versuche den irgendwie aufzuhalten tja da würde ich mal sagen gg ne also wer nicht versucht hier die die lights rauszunehmen ist ich glaube es ist ein light der hat das spiel vielleicht dann nachher auch verloren 4 zu 0 steht es aktuell und jetzt fährt er hier in die mitte einfach mal so ohne schutz irgendwie groß fährt er hier in diese position wo halt die gegner eigentlich immer stehen krasse nummer also dass da irgendwie so gar keiner steht was ist das denn für eine runde bitte ja ich mein glück für ihn denn ansonsten guck mal hier auch gut ich meine wenn da keiner steht ist natürlich auch dachte steht tatsächlich steht ein rheinmetall alter der hat doch nicht einmal hingeschossen oder guck mal er kann hier fahren und fahren jetzt kommt sogar der streetswagen der eigene nach vorne gefahren guckt euch das mal an was ist das denn für eine runde bitte wo sind die ganzen gegner hingefahren also ein paar stehen da drüben an der heavy lane oh jetzt hat er verloren der nächste nur ein krit alter schwede und guckt euch das an die arti selbst die arti verschießt und jetzt was passiert was passiert rheinmetall kommt doch jetzt und rheinmetall verschießt und er hat noch 267 hp bitter also da muss ich sagen in der runde hat er hier glaube ich echt so sein ganzes glück schon ausgereizt ich hoffe nach der runde hat er aufgehört zu spielen weil das machst du keine zwei runden hintereinander definitiv nicht ja guck mal reinmetall zieht hierher kommt aber nicht ganz rum und wieso kriegt er dafür jetzt keinen support schaden hat er die nicht aufgemacht was das objekt schön gemacht das hat er richtig schön gemacht und die arti versuchts nochmal aber da auch schon wieder relativ weit daneben geschossen ähm dementsprechend ja kann er jetzt hier wahrscheinlich dann noch auf arti jagt gehen oh guck mal IS3 wo hat er den IS3 aufgemacht da hinten okay und da haben wir arti nummer eins die hat jetzt auch noch gerade geschossen natürlich dementsprechend kann er da jetzt ganz gemütlich hinfahren und einfach mal die arti kaputt schießen so los erster schuss jawohl und der denkt sich jetzt gerade so kacke aber so ist auch ammo rack auch noch wahnsinn nicht schlecht genau bleibt mir hier an der kante stehen denn die andere arti steht wahrscheinlich da hinten noch irgendwo und dementsprechend war das hier natürlich richtig clever hier an der an dem hang stehen zu bleiben damit die arti ist noch schwerer hat auf ihn zu feuern so da haben wir die su ja guck mal kriegt er noch mal da hinten haben wir die andere arti auch noch die zählt wahrscheinlich auch hierher genau die zählt auch noch hierher so jetzt rennt die su jetzt rennt die su oh guckt euch das an und er hat auch noch dieses mega glück einfach so eine 212a die rockt den normalerweise komplett weg wenn die ordentlich trifft und die hat zweimal getroffen und hat jeweils nur so 160 schaden gemacht also wahnsinn so jetzt kann er auf jeden fall noch die letzten beiden hier einmal ganz gemütlich wegsnatchen jetzt macht er sogar noch ein bisschen schaden hier aus der fahrt raus auch nicht so verkehrt kann man mitnehmen und ja ihr habt mal vielleicht so einen ganz kleinen eindruck bekommen wie dieser neue panzer so sich verhält ihr solltet vielleicht so ungefähr noch weiß ich nicht also bei mir wäre diese runde ein drittel lang gewesen wahrscheinlich weil schon die erste arti blind reingefeuert hätte in den spot dann aber egal so guck mal da kann er sogar noch den letzten hier rausnehmen hat seinen fünften kill noch zusammen und gewinnt die runde mit 15 zu 6 mit einer menge menge glück aber halt auch teilweise echt richtig gut gefahren gerade so beim rheinmetall noch mal so schön denn den bogen gedreht zurück gefahren und so weiter und so fort also es war auf jeden fall schon eine echt gute runde mit aber auch gepaart mit sehr sehr viel glück so er hat den panzer gemeistert er hat mit den speer den speer bekommen den was heißt demolition expert noch auf dem munitions lagermeister wie auch immer keine ahnung weiß ich gerade nicht was auf deutsch ist ähm du land kämpfer wirkungsfeuer drei anleihen bekommen hat die orlex medaille erhalten hat die pascucci medaille erhalten und hat hier auch noch den scout bekommen also den speer als ähm große medaille weil er halt so viel gespottet hat so er schließt die runde hier ab mit 1238 schaden nicht schlecht fünf kills und 1317 basis erfahrung so und das ganze setzt sich zusammen indem er 16 mal geschossen hat damit hat er 12 mal getroffen und 10 mal durchschlagen hat dann hier diese 1238 schaden gemacht er hat es dreimal getroffen worden ähm davon ging nur einer durch tatsächlich denn der rest war eigentlich von der arty er wurde 4 max splashed das ist auf jeden fall auch ordentlich er hat 9 gegner beschädigt äh 9 gespottet 5 beschädigt 5 zerstört und hat 3.121 schaden ermöglicht das ist auf jeden fall ordentlich so er ist 4,68 km gefahren und hat sogar noch mit premium account hier mal eben 18.659 credits miese eingefahren aber auch nur weil man hier sieht ammo resupply ich glaube man muss mit dem teil relativ häufig gold schießen weil der wahrscheinlich nicht so viel durchschlag hat könnte ich mir jetzt vorstellen das ist wahrscheinlich so ein t92 äh von der von der gun her oder sowas keine ahnung aber ähm dadurch kann man halt sehen dass er doch sehr sehr oft mit gold geschossen hat ähm gut bei weiß ich jetzt nicht bei der beim rheinmetall und bei den artis hätte er es natürlich nicht machen müssen beim arm x auch nicht unbedingt aber er wollte wahrscheinlich auf nummer sicher gehen und hat dementsprechend hier relativ viel verbraten so dann gucken wir hier unten nochmal da ist die basis erfahrung das ganze ging dann hier auch noch 6 minuten 52 sekunden und dann hat schreibt er hier with it in my eyes very slow scout scouting and killing on redshirt äh ja äh also ja ja hätten doch dazu schreiben können a lot of luck oder sowas zum beispiel weil äh das war definitiv auch dabei äh aber ansonsten war das eine sehr sehr schöne runde hast du gut gemacht und ähm ja ich ähm würde mich freuen wenn ihr mir halt auch mal was zukommen lasst ne macht das unter rob2k at web.de wenn ihr was habt was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt oder halt flenz 1980 ingame dort könnt ihr auch sonst mal mit mir spielen und wenn ihr zugucken wollt das schicke lila twitch banner hier flenz 1980 auf twitch da könnt ihr gerne mal vorbeischauen so ich bin erstmal raus wünsche euch allen einen schönen Tag schönen Abend wann auch immer ihr das guckt und bis demnächst ciao ciao